was geht ab freunde der nacht ich habe euch etwas mitgebracht und war eine weitere folge von final fantasy 15 wir spielen die nebenmission auf der jagd nach der grünen bohne der noktis keine bohnen mag da habe ich mir gedacht komm hauen sie mal rein vielleicht lässt dann ein paar sprüche ab so vielen dank auf jeden fall dass sie zugeschaltet hat supportet mich das wäre echt nice und jetzt viel spaß beim zu sehen laufen wir mal im regen was er hier für einer was soll ich nur machen ich kann das auto doch nicht hier lassen da habe ich dich ein pannenset aber das machen wir jetzt nicht wir gehen jetzt auf die jagd und zwar diesmal auch mal im dunkeln weil im dunkeln ist gut man können ja das wollte ich zwar nicht aber scheiß drauf wo ist mein team ja fix 17 ist das hau rein oh shakalaka mal kurz ein bisschen heilen reiß eine heilung reiß hätte mir mehr erwartet trotzdem nicht nachlassen genau das war's für die so dde ich muss sagen ich war nachts noch nie unterwegs doch nur für nebenmissionen also jagdaufträge aber sonst noch nicht mal gucken ob es sich lohnt oder nicht lohnt nachts rum zu begeistern jetzt bin ich auf der farm und nu oh ihr müsst die jäger sein von denen mein großvater erzählt hat ihr kommt gerade recht als erntehelfer was erntehelfer was auf den feldern streifen häufig wilde tiere rum das macht die ernte für uns lebensgefährlich ich hoffe ihr könnt uns etwas helfen ja klar hier haben wir die mal plätten ne das ist eh um die ecke man hört sie knurren aber man sieht sie nicht ja na was schlägst du denn vor warum nicht einen überraschungsangriff von hinten das kriegst du doch hin oder auf jeden fall oh god jetzt lege ich los übernimm dich bloß nicht selber da war da ein überraschungsangriff passt besser das war ja nicht mehr großartig echtes teamwork da wäre ja also ja 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 mit das war einfach ja jetzt haben wir es ernten wir haben geerntet was man uns auftrug sind wir etwa vergiftet Das war ein Heiltrank, sonst sind wir weg. Und... Gegengift. Zack, das war's schon. Ja, komm, dann gehen wir so noch zusammen ab. Hm, wenn er noch da wäre, leider. So, Lille. Aha. Wäre ja ansonsten auch zu einfach. Okay, dem Weg sparen wir uns. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr konntet einen guten Einblick erlangen. Supportet mich und Däumchen hoch. Abo wäre nice, haut rein.